Ein schönes Beispiel aus der Politik wäre ja auch, dass man einer neuen Bundesregierung zum Beispiel mal 100 Tage überlässt, wo man sozusagen noch nicht hart kritisiert, was sie da jetzt tun oder warum sie das tun oder ihnen vielleicht Untätigkeit vorwirft, weil man einfach sozusagen diese Zeit einräumt, um sich zu akklimatisieren, um sich einen Überblick zu verschaffen und eben nicht in diesen blinden Aktionismus verfallen soll. Also damit sozusagen dieser Druck nicht so entsteht, in diesen blinden Aktionismus zu verfallen. Und ich glaube, auch das ist das Stichwort als diese neue Führungskraft, wo man natürlich, wie du sagst, von der Energie her sagt, okay, super, ich komme da jetzt rein, man hat vielleicht schon viele Gedanken, man hat sich schon über Jahre vielleicht überlegt, wenn ich einmal bin, dann mache ich das so und so und so. Und die Gefahr ist einfach viel zu groß, dass man entweder mit einem großen Hammer herkommt und wir wissen alle, wenn man den Hammer in der Hand hat, dann sieht man halt viele Nägel und haut einfach mal überall drauf. Und das Zweite ist halt einfach auch, deine vorgefertigten Ideen, wie man vielleicht auch Probleme lösen kann, ist einfach die Chance, dass du an dem Thema sozusagen, dass du eine Themenverfehlung hast. Ja, du denkst, super, ich komme jetzt und wenn ich dann komme, dann mache ich dieses und jenes. Aber das ist vielleicht überhaupt nicht der Punkt, der in diesem Team gerade der relevante Punkt ist und das, an was es bräuchte. Es ist viel wichtiger, dem Team zuzuhören, sich dort einzuarbeiten, sich abzustimmen und vielleicht auch mit der eigenen Führungskraft zu besprechen, wie man das jetzt gestalten möchte. Dass man sich einmal diese Zeit nimmt für diese Analysephase, dass man mal nicht da jetzt hineinstürzen möchte oder ob es vielleicht schon Vorwissen gibt, was man auch wissen sollte und dann einfach das sozusagen nur vergleichend zu verwenden. Nicht irgendwie alles, was man hört, als wahre Münze nehmen, sondern einfach zu schauen, passt das, deckt sich das mit den Erzählungen, die du selber machst, mit den Beobachtungen, die du machst. Und ich glaube, daraus kann man dann sehr gut ein Bild für sich malen.